ja hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder mit dabei seid bei eden crafters ich muss gerade mal was essen sehe ich rote balken es hat auch der erste geschrieben dass dieses gebiet eigentlich für später ist geht ja nirgendwo von daher ist es eigentlich sachlich nicht richtig man hat es später mit sicherheit leichter hier wenn man dann mittel hat aber wir leben ja jetzt auch von daher würde ich auch jetzt hier bleiben wir haben fast alles hier von daher mal da oben sind sogar die ärzte dann zu sehen ok sehr schön gerade überlegen wir wollten ja hier eigentlich aufgaben hier da müssen wir was machen ich weiß nicht ob es hoch geht aber vielleicht könnten wir ja noch so dann werden sie einen wissen sie nächstes ziel verbessern sie den analyser da verbessern den analyser oder bodendünger sein dass wir hier was haben mit ich zick in der analyser da da das mal hinsetzen zwei platien kupferplatten für mit den gummi oder brotten mit den anderen zielizium zielizium hatte ich hier hinten glaube ich noch dann machen wir hier mal noch einen dann brauchen wir hier die dafür brauchen wir hier noch mal zehn stück jetzt den analyser da jetzt die frage ob der hoch muss der hoch muss so ich hier ne hier das ist jetzt nur den wir hier so drauf kommen das ist jetzt die aufgabe erledigt ne bessern die wurde jetzt verbessert jetzt gebaut ich glaube den haben wir nicht nicht aufgebaut ja hier ach genau hier muss noch das zeug rein da musst du dir noch drastisch ja jetzt noch mal neu ich glaube die gegenwärts gesetzt ja wir müssen das einmal hier aber das passt Ganz kurz hier gucken, dass wir hier parallel sind. Das dürfte reichen, so. Noch einmal E. So. Wieso? Ach doch schräg, aber egal. So, dann äh... Das ist geil, jetzt arbeitet der, oder? Energie, okay. Noch echt mehr Energie. Ja, es kann natürlich sein, dass hier oben nichts passiert. Das wird unten machen müssen. Dann haben wir das zumindest schon mal hier oben getestet, so. Wasser 14%, ja okay, die brauchen mehr Wasser, ne? Bevor wir jetzt runter rennen, brauchen wir für Wasser. Ja. Zwei von den Rotoren. Sauerstoff niedrig, ja. Zwei von den Rotoren. Ja. 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 Dann müsste ich eigentlich ne Pumpe bauen können, ja. 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 Das ist langsam wieder wärmer, glaube ich, von Eisenplatten. Wir haben wieder nichts dabei, ne? Die können wir mal rausnehmen, die auch. Hier, Quarz, Lithium, Fels, dann lassen wir den Fels ganz kurz hier weg machen. Die brauchen wir eh immer, Kupfer, da haben wir auch Kupfer drin, kommen wir hier zu Waren. Waren, die können wir so rausnehmen, sortieren. Was haben wir noch? Die Erze, Silizium, das brauchen wir auch nicht hier drin, das brauchen wir. Bauen, Wefel, packen wir hier rein. Damit wir das immer glückbereit haben, ne? Okay, aber wir sind auch schon wieder hier. Können natürlich auch mal weitermachen, hier oben erst mal. Das machen wir als erstes. Wie viel Zement haben wir? Genügend. Dann können wir hier erst mal. Wo ist es? Da. Ja. Wie war das mit den? Und auch hier? Die Maus gedrückt halten, okay? Die Maus gedrückt halten, okay? Wir müssen gucken, ob wir hier wirklich rauskommen, ne? Gehen wir mal in die Maus gedrückt, also der Maus gedrückt, also der Maus gedrückt. Ich habe an und dann, ich habe es hier vergessen. Wir brauchen... Teilehersteller, ne? Der kann man nicht, ok. Wir brauchen auf jeden Fall mal den Dings. Oben so, Zement, ok, das haben wir. Ja, Latin brauchen wir ein paar. Die nehmen wir mal hier raus. Ähm, Quarz. Das Dings, ne? Läuft's. Dann brauchen wir die Dinger hier. Hier mal, dass es wir brauchen, davon einige. Läuft's. 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 Jetzt mal gucken wir hier wie viel wir machen können. Achgol, die Dinger brauchen wir auch noch. Ein paar mehr, ne? dann kann man da schon mal drei machen brauchen wir stangen stand kann man hier noch ein paar machen wir müssen noch welche holen das kratz hier weg haben Eisenstangen wollten wir noch holen, beziehungsweise Eisenbacken, damit wir Eisenstangen machen können. Und dann nochmal welche von denen. Okay, wir sind jetzt hier. Ah, ich glaube da fehlt ja noch irgendwas. Oh, Temperatur. Oh. Oh, 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 oh. Ähm, haben wir da jetzt nochmal 5. Also müssten wir hier 15 haben. 15 zu haben brauchen wir 8. Machen wir Zement. Jetzt geht mein Telefon noch gerade. Sorry für den kurzen Cut. Da bin ich auch wieder. Jetzt weiß ich schon, genau wir wollten die Dinger aufbauen. Mal gucken, Achtung hohe Temperaturen. Die Frage, was wir jetzt hier machen. Was wir natürlich machen könnten, dass wir wirklich alles nach unten holen. Und dann hier unten bauen, je nachdem hier ist es noch kalt. Boah, hier scheint schon was zu wachsen, oder? Ist schon cool zu werden, mal gucken. Ich glaube schon, dass es was bringt. Oben auch. Vielleicht wird es dann bald nicht mehr hier zu heiß sein. Mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall wieder reingehen. Es hat aber auch geschrieben, dass das oder der Jeden hat hier geschrieben, dass das schon gar nicht mehr diesen Schutz hat. So. Hier auf Basis gehen, ne? Hier haben wir nur die. Jetzt hat die Frage Innenwand. Das ist die Wand, Innenwand, Wand. Isoliert die jetzt mehr oder so? Ich weiß es nicht. Ein Standard. Wahrscheinlich nur, wenn ich das andere wieder wegmachen will, kann ich es mir vorstellen. Eine Innentür, eine Küche, das haben wir ja alles. Wir bauen es jetzt erst mal. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das gebaut kriegen, so. Wo wir hier eins noch nehmen, so. Wenn wir die Nummer eins sind, so. Eins. Drei. Mache ich das Eisenzeug und hier kommt ja der Kupfer. Mache ich hier hinterher, genau. Komm mal wieder rein. So. Bedeutet, also hier können wir ja direkt in die Weite reingehen. Wenn ihr schreit nicht so. Ich würde hier sagen. Eine Baut hier. Der soll das bauen. Und der soll das bauen. Dann haben wir hier einmal mit so einem Winkel hinsetzen, ne? Und Verteiler. Ich muss mal gucken, dessen Verschmelzer ist, war der falsche. Verteiler. Verteiler hier. Jaha. Ich skaliere nicht. Zu groß. Okay, lass mal rein. Ähm. Dann müssten wir aber jetzt hier dahinter schon wieder so einen Container bauen, ne? Nicht genug Eisenplatten, okay. Weil wir auch die Eisenplatten hier schon rausnehmen können, ne? Ähm. So. Sortieren. Sehr schön. Aber wir sind bei 20 Minuten. Dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Sollen wir alles umziehen in ein Gebiet, was nicht so heiß ist? Oder sollen wir hier durchziehen, bis wir es dann ja sowieso können? Das heißt, hier aushalten. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Machen wir jetzt hier weiter. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.